Hallo zusammen, ich bin's Chris. Die Sommersaison ist nun offiziell vorbei und der Winter steht schon vor der Tür. In den nächsten Tagen nehmen wir euch mit hinter die Kulissen und zeigen euch, was hier noch alles gemacht werden muss, bevor der Park pünktlich zur Winteröffnung in seiner vollen Pracht erstrahlen kann. Und wir haben richtig viel vor. Der Weihnachtsbaum wird aufgestellt, die riesige Eisfläche wird aufgebaut und das Feuerwerk zum Finale der Magic Rose entsteht. Wir sind hautnah bei den Showproben dabei und tausende Lichter finden hier ihre Plätze, damit der Park pünktlich zur Winteröffnung noch strahlender leuchten kann als je zuvor. Jeden Tag zeigen wir euch hier auf Facebook pünktlich um 17 Uhr ein neues Video von den unzähligen Arbeiten bis zur Winteröffnung. Wir freuen uns schon sehr, euch auf diese spannende Reise mitzunehmen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, hinterlasst die einfach unten in den Kommentaren und die spannendsten werden wir dann in den nächsten Videos aufgreifen. Also bis morgen, seid neugierig.